Um Ihnen meine Einreichung zum Swiss Olympic Science Award 2016 näher zu bringen, möchte ich den sportwissenschaftlichen Diskurs zu Inhalten im Kinder- und Jugendtraining aufgreifen. Dabei wird mitunter heftig diskutiert, ob sportliche Talente bis zum Alter von circa zwölf Jahren eher polisportiv oder doch bereits sehr sportartspezifisch trainiert oder ausgebildet werden sollen. Konkret versucht sich der Beitrag mit der Frage zu beschäftigen, ob U-Nationalspieler im Fußball möglicherweise mehr sportartspezifisches Training in ihrer Kindheit absolviert haben, als weniger erfolgreiche Junioren-Spitzenfußballer. Zumal sich viele Trainer in dieser jungen Altersgruppe in ihrer täglichen Trainingsgestaltung wohl die Frage stellen, ob sie auf ihre sportartspezifischen Inhalte fokussieren sollen oder doch mehr Freiraum für Polisportivität benötigt wird, darf diese Frage wohl durchaus als praxisrelevant betrachtet werden. Methodisch baut die Arbeit auf retrospektivem Fragebogen mit 290 Junioren-Spitzenfußballern auf, die zu ihrem Sportverhalten bis zum Alter von zwölf Jahren befragt wurden. Daraus wurden die Trainingsumfänge der Spieler im Klubfußball, im freien Fußball, in weiteren Sportarten und das Einstiegsalter in den Klubfußball extrahiert. Anschließend wurde versucht, mithilfe Cluster-analytischer Methoden aus diesen 290 Spielern Gruppen mit ähnlichen Ausprägungen in den Variablen zu finden. Das abschließende Ziel der Methode ist es, besonders erfolgreiche Gruppen, in unserem Fall jene mit einem hohen Anteil an U-Nationalspielern zu identifizieren. Hinsichtlich der Resultate konnten zwei besonders erfolgreiche Gruppen mit einem Anteil von 40 bzw. 30% an U-Nationalspielern gefunden werden. Diese beiden Gruppen charakterisieren sich vorwiegend durch einen hohen sportartspezifischen Trainingsumfang im freien Fußball bzw. im Klubfußball. Andererseits konnte ein polisportives Cluster identifiziert werden, welches einen hohen Umfang in weiteren Sportarten absolviert hat, jedoch mit einem Anteil an 17% U-Nationalspielern lediglich durchschnittlich erfolgreich erscheint. Aus den gefundenen Ergebnissen lässt sich durchaus schlussfolgern, dass sportartspezifisches Training im Kindesalter einen relevanten Einfluss auf den Erfolg im späten Nachwuchsalter bei Juniorenspitzenfußballern hat. Im Zusammenhang mit dem sportartspezifischen Training gilt es jedoch vermutlich die volle Variationsbreite innerhalb der Sportart auszuschöpfen. Das wäre im Fußball zum Beispiel die Ausbildung auf unterschiedlichen Spielpositionen und darüber hinaus ist die Bedeutung verschiedener Organisationsformen, also zum Beispiel jener des freien Fußballs im Vergleich zum organisierten Klubtraining, zu berücksichtigen. Abs 여러�点 уч belongs, wie vor allem der Pool. Abs ‫verlauchte Energie Siegrichtlinie mit Beste welche sich um die psicotografie und obwohl fähig von Beispielen in Beurenstrahlen in diewasserung? Löcher werden die Bedeutung optionivfall imمtt travaill-